Hi, willkommen. I'm Dr. Roy Martina and this is my wife, Dr. Joy Martina. Hallo, wir sind Dr. Roy und Dr. Joy Martina. We would love to invite you for a weekend of celebration. Wir möchten euch unglaublich gern auf ein Wochenende des Feierns einladen. Six years ago, we met in OI in a workshop. Vor sechs Jahren haben wir uns in OI in einem Workshop kennengelernt. And so we're returning again to share our journey, our experiences. Und wir kommen wieder, um unsere Erfahrungen, unsere Reise mit euch zu teilen. And how we started from zero and created a life that we really wanted to create. Wie wir von wirklich Null angefangen haben und das Leben kreiert haben, das wir wirklich wollten. We have learned a lot and we would like to share from our hearts to your heart what we call the Heart Manifestation Protocol. Wir haben unglaublich viel gelernt und wir möchten gern mit euch das teilen, was wir gelernt haben. Und das nennen wir das Herzensmanifestationsprotokoll. Und wir nennen es Erlebniswochenende, weil es nicht um Lernen neuer Techniken geht, sondern darum geht diese zu erfahren und zu lernen, wie wir wirklich vom Herzen heraus manifestieren. Und wie wir wirklich unserem Herzen zuhören lernen, wie wir dieser Stimme zuhören, die Stimme der wirklichen Kraft hat. Und es braucht wirklich viel Courage, dem Herzen oft zu folgen. Und wir möchten euch gern alles beibringen, was wir gelernt haben. Und vor allem auch Techniken, die ihr sofort einsetzen könnt. Und wir laden alle unsere alten, aber auch neuen Freunde ein, mitzumachen, dass wir euch all das beibringen, was uns geholfen hat, in oft schwierigen Zeiten durchzuhalten. Und vor allem in diesen Zeiten, die wir ja jetzt vor uns haben. Die Welt braucht Menschen, die vom Herzen heraus leben. Also macht mit und kommt zu unserem Erlebniswochenende und lasst uns eine Herzensrevolution in Deutschland beginnen. So, June 9th to 11th in Oi, you are invited. Be there. Also, 9. bis 11. Juni in Oi, sei dort. Ihr seid eingeladen. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Untertitelung des ZDF, 2020